hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans heute kümmern wir uns um euer lieblingsthema nämlich um die token oder wie motorsportmagazin.com stammzuschauer und ein ehemaliger ferrari pressesprecher sagen würden um die talerchen ja über die tokens wurde in den vergangenen wochen und monaten sehr viel gesprochen aber es waren viele halbwahrheiten unwahrheiten so im umlauf so dass keiner glaube ich mehr den richtigen überblick hat was denn jetzt erlaubt ist und was nicht und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen licht ins dunkle bringen was sind tokens und wie ist es überhaupt dazu gekommen na da müssen wir ein bisschen zurückblicken auf 2014 als ja das neue motorenregiment eingeführt wurde da hat man schnell gemerkt oh das wird verdammt teuer und es gibt ein brutales wettrüsten zwischen den herstellern dem müssen wir irgendwie einhalt gebieten okay funktioniert hat das bis heute noch nicht aber man hatte ursprünglich mal dann so ein tokensystem entwickelt was wurde da gemacht den verschiedenen motorkomponenten wurden verschiedene wertigkeiten zugewiesen also das heißt beispielsweise eine kurbelwelle ist zweitoken wert ein zylinder kopf ist dreitoken wert ein brennraum ist vielleicht zweitoken wert was auch immer jedenfalls hat man die verschiedenen motorkomponenten bemaßt und eine wertigkeit zugeführt und hat den motorherstellern dann eine gewisse anzahl an diesen tokens gegeben diese gewisse anzahl an tokens konnten sie dann frei auswählen wo sie die aufwenden wollen also das heißt wenn ich zb zehn token habe kann ich mal drei für den zylinder kopf ausgeben zwei für den brennraum und dann habe ich immer noch ein bisschen was übrig vielleicht bleibt mir noch genügend für die kurbelwelle wie auch immer das konnte ich mir dann individuell zusammenstellen jedenfalls wollte man so verhindern dass die motorenhersteller das ganze jahr über den kompletten motor überarbeiten es gab aber ein problem an der sache denn die motorenhersteller haben trotzdem entwickelt als gäbe es diese regelung nicht denn sie mussten einfach schauen was bringt ihnen am meisten performance und am ende haben sie genau entwickelt wie immer konnten aber nicht alle entwicklungsstufen dann auf die strecke bringen weil sie da von der token regelung eingebremst wurden deswegen gab es die regelung nicht allzu lange und hat dann hat man irgendwann gesagt okay bringt nichts wir geben genauso viel geld aus nur bringen die performance dann am ende nicht auf die strecke deshalb wurde die regel dann abgeschafft und ist bis heute eigentlich auch nicht mehr großartig in erscheinung getreten jetzt 2021 für die formel 1 wieder tokens ein wie kam es dazu na ja es ist leider eine folge der pandemie eine der vielen folgen für die formel 1 denn 2021 sollte eigentlich die ganz große regelrevolution kommen auf technischer seite die autos sollten komplett neu aussehen es wurde ein komplett neues technisches regiment geschrieben alles war darauf eingestellt dass die formel 1 ein neues gesicht bekommt und dann kam die pandemie und dann wäre 2020 das extreme pandemie ja ich hoffe dass 2021 läuft nicht besser an aber ich hoffe es wird noch besser aber dass dann wäre 2020 dieses ganz schwierige finanzielle jahr noch zur doppelbelastung geworden weil ich natürlich die aktuelle saison habe und dann schon komplett neue autos für 2021 entwickeln muss also hat man gesagt okay wir verschieben das reglement auf 2022 und machen dann 2021 nochmal mit dem alten reglement weiter also 2021 ist ein regelrechtes übergangsjahr so wenn ich jetzt aber sage okay wir machen einfach mit den normalen regeln die wir bislang hatten weiter gibt es trotzdem teams die weiterhin einfach geld in die entwicklung stecken und es gibt halt sehr sehr unterschiedliche teams es gibt kleine privatiers wie haas oder williams gut williams ist jetzt vielleicht kein kleiner privatier mehr die wurden ja aufgekauft aber es zählt trotzdem zu den kleineren teams und dann gibt es natürlich die mega werke wie mercedes wie ferrari da ist auch in der pandemie deutlich mehr geld vorhanden dann könnten die einfach weiterentwickeln und man hätte durch diese verschiebung des regiments gar nichts gewonnen deswegen hat man gesagt okay lasst uns die fahrzeuge doch einfrieren das allerdings hätte die unschöne folge dass man damit natürlich auch die performance einfrieren würde und dann hätte man 2021 genauso wie 2020 und das will man ja irgendwie auch nicht also hat man gesagt okay wir verlieren nicht die gesamten autos ein sondern wir lassen die aerodynamik offen denn die aerodynamik ist am ende performance treiber nummer eins die aerodynamik ist das was für die fans sichtbar ist lassen wir sie aerodynamisch entwickeln und frieren alles was unterhalb des carbon kleides ist ein dabei gibt es aber ein kleines problemchen und das problem heißt mclaren denn die wechseln 2021 von renault zu mercedes motoren und um so einen motor in das auto zu integrieren da braucht schon ein bisschen was andrea seidel beschreibt das ganz gerne als operation am offenen herzen warum ist das so kompliziert ja die motoren müssen zwar in vordefinierte boxen passen und die anbindung an das chassis ist dann relativ einheitlich gestaltet mit diesen sechs im zwölf bolzen die wir in der letzten zeit öfter mal angesprochen haben aber das ist es halt nicht das packaging des motors oder der power unit muss man ja viel mehr sagen ist komplett unterschiedlich vor allem wenn ich jetzt von renault auf mercedes wechselt wir haben zu beginn der power unit era da viel darüber gesprochen wie genau turbo und kompressor untergebracht sind in dem ganzen system und die mguh bei mercedes sind ja turbo und kompressor räumlich voneinander getrennt die mguh in heißen v dazwischen bei renault ist das alles hinten zusammen hinter dem motor deswegen kann ich mir schon vorstellen das ist nicht so ganz einfach das hinten einfach an das monokok ran zu klatschen sondern da muss ich natürlich anpassungen vornehmen dazu sprechen wir auch noch von einem ganz anderen kühlbedarf je nach motoren hersteller diese power units sind so hochkomplex und haben so viele einheiten die unterschiedlich gekühlt werden müssen dass ich nicht einfach sagt kühlbedarf x und das passt und dann mache ich das vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner nein die ganzen teile müssen alle individuell genau auf die richtige temperatur heruntergekühlt werden da spreche ich jetzt nicht nur vom verbrennungsmotor sondern spreche ich auch von einem ladeluftkühler da spreche auch von einer kühlung für die batterie für die ganzen steuergeräte und so weiter also das ist hochkomplex das ist nicht so trivial wie früher auch das war jetzt nicht ganz so trivial wenn ich dann ein v10 von ferrari oder von renault genommen hat und die ausgetauscht habe aber heute ist das eine ganz andere hausnummer und deswegen muss ich da schon gravierende änderungen an der architektur des fahrzeugs vornehmen wenn mein fahrzeug jetzt aber eingefroren ist dann kann ich ja nicht mehr wechseln mclan hat sich aber schon frühzeitig für diesen wechsel auf mercedes motoren entschieden da war von der pandemie noch nichts in sicht und von einer regelverschiebung und einer einfrierung deswegen ja der motorwechsel steht nach wie vor an wie mache ich das also wenn ich eigentlich am auto nichts ändern darf aber was neues integrieren muss naja also könnte man einfach sagen okay mclan darf den mercedes motor integrieren darf änderungen vornehmen die das ganze nach sich zieht könnte funktionieren in der formel 1 aber nicht weil dann beschweren sich natürlich wieder alle anderen wieso darf mclan dann was ändern haben die da vielleicht einen wettbewerbsvorteil weil die dann performance technisch mehr ändern als jetzt nur das was nötig wäre um den mercedes motor zu integrieren und so weiter also hat man sich wieder auf eine token regelung geeinigt in dieser token regelung wurden dann den verschiedenen baugruppen eines formel 1 autos wieder unterschiedliche wertigkeiten zugeteilt beispielsweise haben wir da ein getriebegehäuse und getriebekassette 2000 wir haben eine radaufhängung wir haben bremssysteme wir haben der system jedes einzelne teil an seinem auto hat eigentlich dann eine wertigkeit bekommen und dann hat man gesagt jedes team bekommt jetzt zwei token und auch wenn das ganze fahrzeug eingefroren ist unterhalb dieser carbon habe abgesehen von der aerodynamik darf sich dann die sachen raussuchen die man mit diesen zwei token weiterentwickeln will außer mclan denn die müssen diese zwei token schon ausgeben um den mercedes motor zu integrieren hört sich jetzt nach einem großen nachteil an also diese ganze token regelung ist ultra kompliziert aber man muss sich immer vor augen führen wie viel man damit eigentlich machen darf nämlich fast nichts wenn man sich anschaut wie viel die team sonst über den winter entwickeln und wie viel die an ihren autos ändern auch wenn viele dann immer sagen ja das ist doch das gleiche auto wie im vorjahr nein da passiert so viel im hintergrund was man gar nicht so großartig sieht insgesamt gibt es kann man so grob überschlagen 50 token ausgeben wenn man davon zwei hat das sind jetzt dann vier prozent das ist nicht die welt also der nachteil von mclan ist jetzt nicht so gigantisch dadurch dass man keine zur verfügung hat aber man hat schon maßnahmen getroffen weil man gesehen hat mclan wir wollen schon was ändern an unserem fahrzeug und deshalb gab es in der vergangenen saison eine ganz neue mclan nase ihr könnt euch vielleicht ändern mclan hat immer so eine breite nase und ist dann auf das konzept von mercedes gewechselt auf diese schmale nase haben wir viele andere teams auch schon gemacht jetzt fragt sich natürlich der geneigte motorsportmagazin.com leser und zuschauer wollen die aerodynamik war doch eigentlich frei wieso haben die dann aufgrund dieser token regelung diese nase dann schon im vergangenen jahr gebracht und was hat es damit auf sich naja aerodynamik ist frei ja aber so eine nase ist kein aerodynamisches element per regiment so eine nase ist eben die vordere crash struktur die ist dafür da die energie zu absorbieren wenn ich einen frontal crash habe es gibt ja auch eine hintere crash struktur und die form von so einer formel 1 nase wird halt auch stark davon beeinträchtigt wie ich diese energie absorbiert da gibt es genaue regeln in welchem zentimeter ich so und so viel newton aufnehmen muss und so weiter deswegen ist das ein hochkomplexes teil so eine fahrzeugnase und weit mehr als nur aerodynamik sondern auch sehr sehr viel crash test also diese ganzen strukturen diese carbon strukturen die da drin sind sind äußerst komplex und deswegen ist das eingefroren kann ich mir aber mit token kaufen jetzt hat mcln aber keine token gehabt also haben sie es noch im letzten jahr gebracht auch da war das nicht so ganz einfach es gibt unterschiedliche homologierungs deadlines für diese einzelnen parameter die da in dieser token liste drinnen stehen manche komponenten wurden schon zu beginn der saison eingefroren dann gab es noch eine homologations deadline mit season da zählt dann zum beispiel die nase dazu oder diese vordere crash struktur wenn wir in diesem wording bleiben wollen und deswegen musste da mcln mit heißer nadel eben an dieser neuen nase stricken damit man die noch homologieren konnte ohne dass man irgendwie token dafür ausgeben muss für 2021 also ziemlich komplex das ganze und es führt diese ganze regelung führt noch zu mehr problemen denn wie immer wenn in der formel 1 irgendwas eingefroren ist wir hatten ja schon mal ein engine freeze in der v8 era dann gibt es immer ein paar ausnahmen denn man will ja nicht alle komplett gefangen nehmen in dem was sie da haben wenn es zuverlässigkeitsprobleme gibt beispielsweise wenn sicherheitsprobleme gibt dann darf man nachrüsten oder auch wenn man wege findet das ganze viel günstiger zu machen jetzt wird das wieder zu diskussionen führen das ist eigentlich schon programmiert ferrari hat schon die erste diskussion angestoßen denn die haben gesagt ja unsere schlechten boxen stopps in diesem jahr die man zum großteil von dem pit stop equipment abhängig oder von der radnabe jetzt ist aber in dieser ganzen liste zum beispiel auch ein pit stop equipment aufgenommen auch dafür müsste ich token ausgeben auch für die radnabe müsste ich token ausgeben jetzt kann man sich die frage stellen ist das sicherheits- oder zuverlässigkeitsrelevant dass ferrari da probleme bei den boxen stopps hatte oder muss ich einfach die boxen stopps nur langsamer machen also da wird viel diskutiert werden die vier muss dem am ende zustimmen ferrari hat schon gesagt die token die sie aufwenden werden werden sich ans heck des fahrzeugs beziehen hinter der crash struktur in etwa und deswegen wird da nichts mehr übrig bleiben für pit stop equipment also da sind die diskussionen schon programmiert diskussionen gab es übrigens auch bei racing point mal wieder auch das konstrukt mit racing point mercedes hat da wieder für probleme gesorgt denn racing point bezieht ja die vorjahresteile von mercedes das heißt sie hatten 2020 hatten sie ja den 2009 sind der mercedes überspitzt formulieren grob gesagt so jetzt bringen sie aber nächstes jahr quasi wieder den vorjahres mercedes also fahren 2021 mit dem 2020 mercedes mercedes hat da aber diverse teile die sie an racing point verkaufen schon 2020 homologiert also braucht man dafür keine token aufzuwenden aber racing point hatte die eigentlich nicht eingesetzt sondern nur mercedes aber weil das alles schon geplant war und es ein kaufteil ist darf racing point diese teile upgraden und muss dafür keine token ausgeben klingt unfair gab auch viele diskussionen aber am ende ist es so gekommen alpha tauri hätte übrigens die gleiche möglichkeit das mit red bull zu machen man hat sich aber bei alpha tauri dagegen entschieden weil man sagt okay wir könnten die teile upgraden aber dann funktioniert es mit den anderen teilen unserem fahrzeug nicht mehr so gut also alles nicht so ganz optimal aber insgesamt ist man eben dazu gekommen zu sagen das ist die faireste regelung wie man das ungefähr noch irgendwie machen kann dann kam von euch auch eine frage auf wie ist denn das jetzt mit den neuen aerodynamik regeln denn wir haben gesagt 2021 ist eine übergangssaison aber wir haben trotzdem ein paar neue regelungen wir haben extra video dazu gemacht was sich genau in der kommenden formel 1-saison an der aerodynamik ändern wird und wir haben ja schon gesagt aerodynamik ist nicht eingefroren das heißt diese änderungen die ich da vornehmen muss aufgrund des regiments die kosten mich natürlich keine tokens wäre natürlich ein quatsch weil dann bräuchte ich diese ganzen token nicht wenn ich sie sowieso dafür ausgeben müsste mclan könnte dann am ende gar nicht mehr fahren weil sie keine token haben also die aerodynamik änderungen abgeschnittener unterboden beispielsweise ein bisschen weniger diffusor und so weiter wie gesagt extra video erklären wir das ausführlich die kosten keine tokens dann müssen wir noch über die motoren sprechen denn da gab es glaube ich die größte verwährung insgesamt vor allem als ferrari angekündigt hatte sie werden 2021 einen komplett neuen motor bringen da haben viele gesagt moment mal alles unterhalb der karbonhaube alles abgesehen von der aerodynamik ist doch eingefroren wie will ferrari dann komplett neuen motor bringen okay sie haben zwei token aber mit zwei token kann ich mir nicht neuen motor kaufen nein kann ich eigentlich nicht aber der motor ist komplett davon ausgenommen heißt den motor kann ich komplett überarbeiten und es wird nicht in die token wertung mit reingehen dafür brauche ich nichts ausgeben für kleinere änderungen die der motor nach sich zieht auch am chassis muss ich da nicht mal tokens ausgeben jetzt wird ein oder andere wieder sagen ja aber mclan muss doch die zwei aufwenden das ist natürlich eine viel größere umbauarbeit einen komplett neuen motoren hersteller dazu integrieren als jetzt nur eine motoren weiterentwicklung wobei dann kann man auch wieder sagen ferrari motoren weiterentwickeln sie haben ja gesagt sie bauen komplett neuen motor ihr merkt schon es ist nicht so ganz einfach in der formel 1 bei den motoren muss man aber fairerweise auch dazu sagen ganz frei ist das alles nicht im letzten jahr durfte man ja keine upgrades bringen da war der motor eingefroren während der saison 2021 darf ich jetzt ein upgrade bringen jedes teil darf ich einmal upgraden das werden die motoren hersteller im normalfall zum saisonbeginn bringen wenn ich dann dieses upgrade verfeuert habe für diese ganzen motor komponenten dann darf ich das ganze jahr über wieder nichts aktualisieren wieder nichts neues bringen muss ich wieder warten auf 2022 bis ich da wieder an der front was bringen darf aber alles komplett herausgenommen aus der token regelung beim chassis über die wir jetzt gesprochen haben also es ist ein bisschen kompliziert wie immer in der formel 1 es ist alles nicht hundertprozentig optimal aber irgendwie so gewählt dass es für alle noch am fährsten ist ich hoffe wir konnten euch jetzt das ganze ein bisschen näher bringen und licht ins dunkle bringen wenn ihr noch mehr zu den regeln erfahren wollt könnt ihr euch natürlich einerseits unsere videos anschauen die wir schon zu den regeln gemacht haben oder ihr könnt euch die print ausgabe von motorsport magazin holen denn da gibt es nicht nur mit schumacher drin da geht es auch um regeln da geht es auch um eine budget obergrenze da jonas einen sehr schönen text zugeschrieben und noch viel 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 mehr dann braucht ihr mir nicht zuhören wie ich versuche komplizierte sachen irgendwie rüber zu bringen sondern könnt euch das alles in aller ruhe durchlesen viel spaß damit und natürlich gilt das gleiche wie immer wenn euch das video gefallen hat lasten daumen da und wenn ihr die videos in zukunft nicht mehr verpassen wollt abonniert den channel und aktiviert die glocke